Willkommen zurück zu Oriented Blind Forest und ja immer noch am Nebelforst unterwegs mit vielen, vielen schönen kniffligen Passagen ich finde das Game hat irgendwie bis hier einen guten, wenn auch fordernden Schwierigkeitsgrad das finde ich irgendwie sehr, sehr nice fällt mir auf man merkt, man hat es schon am Ginsobaum gemerkt, dass das Spiel ja teils echt knackige Schwierigkeit hat allen voran, was manche Levels betrifft möchte man schauen, was hier ist ein Gegner der mich töten will und es natürlich auch noch schafft warum sollte er es auch nicht schaffen ja, toll was war das jetzt bitte hier ist noch so ein Teil ja passt jetzt davon wenn du mich bisher verfolgen musst es ist schön, dass ich davon jetzt noch getroffen wurde das ist schön, dass obwohl ich Y drücke es irgendwie nicht gezählt hat okay, das Ziel ist über mir da oben ist noch eine Tür, die ich erkunden kann die Frage ist, komme ich da so ohne weiteres ran ich könnte auch erstmal hier schauen das sieht mir sehr stark nach dem Secret aus ach, das war jetzt ach komm, das war jetzt der Weg ja, lass mich bitte mal sterben weil das war jetzt nicht ganz das, was ich wollte alter, ich krieg von manchen Gegnern echt ich krieg bei manchen Gegnern echt die Kretze ich krieg von manchen Gegnern echt die Kretze hä, ich drücke Y will irgendwie nicht na, jetzt komm, lass mich da hoch lass mich da hoch na komm, lass die sterben ich will schon Checkpoint zurück, genau du musst erstmal sterben hier unten obwohl, dann wird das wieder mitgetroffen was ist das obwohl, na, ich kann es sowieso nicht öffnen da oben von daher so, das hier würde mich mal interessieren das sieht mir sehr nach dem Secret aus oh, man, ja, natürlich okay, was ist das Lustiges irgendwie ist das gerade ein Secret oder ist das gerade einfach mal der richtige Weg oh, ja, natürlich ich würde mir echt vermuten, das ist entweder ein Secret oder das ist der richtige Weg ich würde mir echt vermuten, das ist entweder ein Secret oder das ist der richtige Weg lass uns dies herausfinden ich tippe mal spontan hier auf Secret, weil vorhin war der richtige Weg ja schon über mir ja, das ist eine blöde Stelle hier man muss die Winkel nochmal richtig berechnen indem man sich abschießt so, hier kann ich ein bisschen schweben hier kann jetzt das wieder, das kann ich eigentlich auch überfliegen oh, danke ich glaube sogar, das war der richtige Weg hm, jetzt bin ich hier oben jetzt bin ich hier oben gut, und wie geht es weiter? ich schiebe einfach mal ich könnte mal so eine Seelenverbindung wieder gebrauchen das wäre gerade echt nice ja, solange ich gerade nicht speichern kann, kann ich auch keinen Fertigkeitspunkt benutzen ich glaube sogar, ich musste hier lang das war jetzt fies, das habe ich nämlich nicht gesehen okay, Concentration Alter Alter oh, gut, danke ich kann immer noch nicht speichern ich würde es gerne, endlich mal ich glaube, da vorne kann ich das jetzt was haben wir denn da Schönes so, gut, und wohin jetzt damit ähm, ja, wohlbemerkt ähm, guckt mal auf meine weißen Punkte ja, das ist nämlich das, was ich meinte guckt auf meine weißen Punkte jetzt bin ich nämlich wieder ganz hier unten weil ich keinen einzigen von diesen Punkten habe ach, was ist das, was ich jetzt probiere ich mal einen anderen Weg oh, Mann oh, Mann oh, Mann schön, dass ich keinen einzigen Geisterpunkt bekommen habe so, komm, jetzt will ich nach oben ja, wunderbar ach, ich kann da wahrscheinlich gar nicht hoch, oder ich hab auf Y gedrückt und es passiert gar nichts ist das ein Ernstspiel sag mal lässt du dich wohl nicht davon treffen ach, das geht gar nicht gut, das heißt mit anderen Worten ich muss diesen Weg gehen oh, prima und das ohne einen einzigen blauen Punkt das kann ja richtig lustig werden guck mal meine Energie an ja schön ja das war jetzt ein perfekter Moment für eine Rolle das war jetzt echt ein perfekter Moment für eine Rolle es kann nicht sein, dass da oben kein einziger blauer Punkt gewesen ist ohne Scheiß, da war nicht nicht einer kein blauer Kristall und gar nichts das ist unfair das ist echt eine unfaire Passage ach ja der Koloss hat die Dinger na, das ist natürlich ganz toll wobei der ist scheiß so knapp bemessen hier jetzt stellt euch vor wirken hier nicht die Energiezellen eingesammelt oh ja ja ein ein ich muss sagen dieses game hat echt und damals das meine ich wirklich so echt schwierige passagen parat ja toll jetzt klappt das auch nicht mehr oder wie wie ich es hasse wenn die rolle genau im falschen moment angeht genau dann wenn ich es nicht will muss ich diese scheiß rolle aktivieren das war zu weit super ich habe auf der ht gedrückt und es hat nichts passiert ich wünsche jedem schon mal viel spaß der sich hier durch diese schöne passage durchboxen muss wie sich diese wie sich der stampfer jedes mal im falschen moment aktivieren muss das geht mir so auf die klötze gerade ich muss hier haushalten naja wunderbar ich wollte gerade sagen ich muss hier haushalten meine energie ja wunderbar wunderbar ich muss einfach so damit weiß ich schon mal wie ich eine passage mache hier keine hektik sondern so wie ich dran bin nichts machen genau richtig moment abspringen ja soviel dazu ja soviel zum keine panik warum konnte ich gerade mein mund nicht halten warum konnte ich gerade bloß mein mund nicht halten das ist auch so eine kackpassage hier ja natürlich ich habe rt gedrückt ich habe schon von anfang an gehabt das ist hardcore wird aber das ist so hardcore wird was ist das für eine blöde passage man muss perfekt in die mitte ziemlich genau in die mitte zielen sonst hat man da keine chance warum mache ich jedes mal denselben scheiß fehler naja das war jetzt zu erheblich das ist auch blöd man muss man muss genau die mitte erwischen alter 20 minuten sitze ich an der einen passage hier so das ist der letzte versuch ich möchte wenigstens weiter oben speichern es ist doch nicht wahr es ist doch nicht wahr hey du bist doch ich habe keinen nerven ich habe keinen nerven grad für die passage es ist ein tolles spiel aber das geht mir grad ziemlich auf die klötze von daher bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss